Musik Jo, du erinnerst dich doch an Slappy, oder? Der hat einen geilen neuen Skatepark, gleich da vorne. Checken wir den mal. Möchtest du einen kleinen Olli machen, bewege den rechten Stick nach unten und dann senkrecht nach oben. Möchtest du einen hohen Olli machen, halte den rechten Stick unten, bis deine Knie vollständig gebeugt sind und richte dich dann auf. Wenn du den rechten Stick wie bei einem Olli nach unten und dann nach rechts bewegst, machst du abhängig von deiner Fußstellung und deiner Körperhaltung einen Kickflip oder einen Heelflip. Möchtest du einen Sherwood machen, bewege den rechten Stick nach unten und anschließend nach rechts. Und um einen Olli zu machen, bewege den rechten Stick nach oben und dann schnell nach unten. Das sind die Basics. Legen wir los. Denk dran, drei Pushs und du hast Toppeak. Yo, yo, das Slappy ist uns nicht mehr weit. Check einfach die Übersichtskarte. Das Slappy ist uns nicht mehr weit. Wir sind ja auch nicht mehr weit. Wir sind ja auch nicht mehr weit. Das Slappy ist uns nicht mehr weit. Yo, 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 das ist dein Skateboard-Spiel. Steig wieder auf dein Wort. Steig wieder auf dein Wort.